ich kann ruhig mal wieder aufsteigen ihr könnt ruhig mal nach seinem haupten suchen wenn der einzige der sich jetzt hier um die haupten kümmern wenn ich hier mal die drecksarbeit machen ja aber zwei schüsse und alles zum glück sind wir alle zufrieden mit unserer matten was er geklingelt wer wird unterbrochen wir hören auf jetzt du bist ein dummen ferschen den kaktus das haufen Ist ja süß So süß, dass ich ihn töten muss Wo sind die Scheiße? Wo sind die Scheißhauten, Alter? Wo sind die Scheißhauten, Alter? Lebe ich noch? Man... Habt ihr immer noch keinen gefunden, den Lappen? Nein, haben wir nicht. Oh, ey, wir sind einfach ein Eid. Das ist ein Sniper. Ne. Stummgewehr. Mach mal das Sniper. Hast du einen Haufen gefunden? Ne. Aber ihr nehmt keinen Schaukel, oder? Doch. Willst du mal jemanden grüßen? Wollen sich alles rein, oder? Doch. Dominotic ist hier, Leute. Er ist auf Start. Mit drei Tage Bad. Was kannst du erzählen, was ich gestern war? Ja. Einmal ich. Durchsuchen, ich hab's jemand zerstört. Nein. Du, wie schee. Ich will erzählen, was ich jetzt wieder so gemacht habe. Aber ich lass das jetzt wieder hin. Du kannst ruhig erzählen. Du kannst ruhig erzählen. Hast du auch immer eine spannende Story? Das ist das Besondere. Storytime mit Pascal? Wer hat Lust von euch? Schreibt einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Wir gehen nicht lesen. Wie gesagt halt einfach. Ein Junge, das war einfach so der Kipper war. Die Franziska hat einfach die Bonk kaputt gemacht. Wer? Franziska. Wo? Die hat einfach die Bonk kaputt gemacht. Von Marcel und so. Die Jungen, die waren so sauer. Ich dachte so. Hast du Franziska? Ich dachte so. Nein. Ich hab schon so viel mitgegriffen bei Marcel und allen, Alter. Ach schlimm. So kennen wir unser Dominotech. Ständig am Köppen. Und ich verkranken. Hab gezockt. Mensch, Leute. Marcel ist sowieso ganz woanders. Und Max, wo bist du überhaupt, man? Und ihr müsst in diesem grünen Kreis nach diesen Haufen suchen. Ja, ich such dir die Haufen gerade. Was, der ist im Rage Mode? Du bist was für ein fetter Typ da oben, Alter. Wird was der überhaupt, oder? Ey, guck mal, der hängt da fest. Oh, der Haufen. Ich hab'n grünen Haufen, Leute. Ich hab'n grünen Haufen, man. Ich hab'n nur nicht zu. Ich hab'n nur nicht zu gut. Ach, ich hab' das Ghosting die ganze Zeit. Und wenn die nicht dran sind. Okay, wir müssen sie jetzt in den Granaten killen. Ach, das ist jetzt auch hier, oder? Ja. Erledige, ein prima Biest mit einer Granate. Ich hab' Hunger. Oh, soll noch mal Lofitzer bestellen? Ich hab' kein Hunger. Was, ey? Lofitzer bestellen? Ich hab'n grünen. Mit dem Wollmarsch, wird halt den Bein. Mit dem langen Grad. Drabbein, Alter. Junge. Junge. Hast du schwer von Verstand? Ich hab' alle Bieste dahin schon. Junge, hör'n an! Hör'n mir eigentlich zu, ey! Perfekt! Ey, und wie ich's da hier sehen würde, würd' ich's ja mit einer Granate töten. Wurde ja nicht. Ja, hier sind ja keine. Ey, Max. Jonas hat so... Jonas hat so... Jonas hat so einen Bruch hier gekriegt, also seinen Halbbruder da. Guck, die haben... Die haben's jeder beide... einen alleine gemacht. Dann... ähm... 5 Minuten oder so. 10 Minuten oder so. Dann haben sie dann vielleicht... Dann kam's mit dem nächsten an. Jemand macht das halt nicht Spaß fertig. Vor allem, Audi hat einfach... in der Zeit dann ihr Handy verloren. Sie rennt die ganze Zeit rum rum. Ma... Was hör'n denn? Ja, Junge! Dann kommst du zu einer früher, wie's erklärt ist mit der Sniper einfach! Was ist denn los mit dir? Bist du behängert, Mann? Ey, Max, Max... Max... Audi? Junge, sie sind Max zusammen. Immer noch? Ja, sie sind da wieder zusammen. In dem Fall, ähm... Klar, der Audi auch mit... mit der... mit der Roma... guckt, der sich verdient immer die Handyschrecher und schreit gerade so... Der hat mein Handy! Sie laufen ja die ganze Straßen lang und suchen das Ding an der Zeit, ey! Und dann hat man Lukas gefunden. Also... Jajjongka... Wenn... es ist richtig... ganz schön! Mach mal weiter lieber! Mach mal weiter sogar. Mach halt schon mal! Mach mal weiter! Mach mal! Mach mal ein paar Leute! Mach mal weiter, Junge! Ich hab' so behindert, Alter! Ich wollte sie nur schwächen! Jawohl! Nice Work, Russia, nice Work! Oh, ich hab' das geilste Spiel! So, da war'n Max, sie macht sie da einrächtig. Mach' einfach lieber. Na, mach' mal! Mach' mal, mach' doch, ich auch' noch Sniper. Ich dachte, Du bist ein Snipertyp. Ja. Ich hab' jede Besser. das aus das aus ja alle wir können alle Waffen nehmen oh ich will auch voll gerne mit spielen man hat ein Sturmgewehr und eine Pistil richtig mit Feuer schießt Potsificherprojektile ab so wie Neva kann ich was kaufen Neva vor allem wir mussten ja schon um halb ein oder so gehen der Nachfahrt hat sich beschwert krass der Nachfahrt hat sich beschwert und hat gesagt hier hat sich für die 2 und dann hat es halt euch wieder umgepröbelt weil das so krass ist das kriegt noch Spaß er pöbelt dann drum er hat sich die OCOG OCOB und er hat gesagt das ist jetzt cool darum einfach wieder in die Fresse oder so nein viel Spaß die werden euch reisen Max siehst du nicht was sie machen müssen? irgendwelche Potsi-Projektiler ja Projektil Potsi komm her du Spacko wenn du dich traust alter Max Noel mit Rasha oh oh Leute ich zeige es euch mal von der Seite da ihr seht es geht verhast her OOOOH OOOOH ich konnte meine Fähigkeit nicht mehr gegen ihn einsetzen ne ja ja damals einfach so mittendrin einfach so aus fahren Duell machen der Todesnall jetzt habe ich mich wenig leben wie ich hab gar keinen Leben verloren ja hier ist ja Bad mal wir auch mal ja Bad hier流hend im Kopf ich hab zwar nur noch 53 leben aber dich mach ich auch so fertig das geht los jetzt Röder Röder da waren wir gleich wenn er was er im 1 gegen 1 hat er eh keine eigene Chance gegen ihn hat zwei Waffen das war uns ja ja und meine Fähigkeit bringt gar nichts gegen euch meine auch nicht, meine auch nicht, meine auch nicht eingesetzt also bitte du hättest aber ich brauch's aber nicht für dich na das ist normalerweise meist so Gegner im Gedufft dass sie sich nicht bewegen können wo das erklärt war dann mach's, du bist bereit Shady Shady na ok wenn ihr jetzt keine Fossi-Fiecher mit mir sucht dann fach ich jetzt da mehr Fossi-Fiecher Shady 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 soll ich reisen? Nein Junge wir müssen zu sehen Fossi-Fiecher du Knecht ja jetzt bin ich jetzt bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wo sind ein Fossi-Fiecher was sind und wo? ey die Reise beginnt die ganze Zeit da geh doch mal rein ja einer was irgendwie die ganze Zeit ist mir nie zu sein Scherz! wir haben später nicht schon du weißt schon dass ich die ganze Zeit die Reihe aktiviere wir haben wir so wieder auf Welt ja mal weil wir dieses Scheiß-Fossi-Fiecher nicht findet klar ich bin nur ein Duell machen es mehr dann ist der GZ-Ren oder GZ-Normale? nein, den ersten GZ-Normale auf die GZ-Normale und wenn schlechtes ist trotzdem auf die GZ-Normale es scheißegal, so alle über die GZ-Normale ich denke das hier rechts war ja ob schon sind da nicht trotzdem Fossi-Fiecher die Fossi-Fiecher sind im Kreis da kommt mit meinen Finger den in die GZ-Normale das ist ein ganz cooler was hast du gemacht? das sind die Fossi-Fiecher was hast du gemacht? guck mal wo sind denn ihre Projekte? ihr müsst die Projektile die schießen oder sowas da ist die Werbung oder was ja genau die müsst ihr abschießen geht schieß doch nicht aus dem Magen ihr Behinderten da können die das noch nicht machen ich bin aus Hälften im Magen das ist ein Nubi Mann, ihr Spastis alter ich bin zu einem Level aufgerissen er tut so dass er jetzt dickster Pro von uns ist ich tu nicht so Junge ihr schießt einfach mit Fossi-Fiecher tot man haben wir nicht er probiert die Projektile zu treffen also musst du mir nicht sagen dass auch nicht eines getroffen ja weil ihr sie vorher alle getötet habt also ne schon seit 2 ich wollte einfach mal ich hab jemanden gefunden wie es online was ist das ist ein fachsitzes One-Shot Oh der nicht anspringt Junge ist es einer online? Nein das ist so ein Gegner so ein Bosslinger Machen wir mal fertig Ne, ist das Level Das ist eine Fotszi-Fiecher, ich habe uns gegntet Die werfen noch so eine Steine auf und die müssen wir abschießen aber dann tötet nur die kleinen Fotzificher und die großen nicht Junge du hast irgendwann reintritt ins Team du hast ja immer meine Zähne du hast ja irgendwelche Kiffergeschichten erzählt also nein zu schütteln aber die sind grad voll aus wie Funzien wegen der es ist sweet Frisur da hinten gibt's noch mehr Fotzificher such mir die Fotzificher aber ich hab kein Auto um Fotzificher zu finden du schießt ihn sowieso nur mit dem Auto tot an nach der Schicht und dauernd Fotzen Fotzificher Fotzificher Trommert man ist kaum ich bin so böse oh macht die wieder Duell gelappen oh Rush hat joked aber reicht trotzdem und vorerst den Horaris-Team ich kann nix machen ich bin dabei komm komm dir die Pflaster darauf ich hab' keine Chance wenn wir sind jetzt hier wir haben noch kein Fotzificher ich bin dabei wir haben ganz viele Fotzificher getötet ja Anni 30 steck' mit dem Auto fest hallo Hilfe 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 wir haben schon wieder wir haben schon wieder Fotzificher getötet nein ich bin ich bin ich bin aufgrund was 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 war 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 wir sind Fotzificher steig aus steig aus okay nicht guck ob der weiß auf ja genau schieß das nice das auch ach schuld Hilfe nice was ist ne du hast noch nicht getroffen oh mein ich such dich Max Max stirbt mach dich unsichtbar ja genau es ist daylight kann es auch ne 5 Sekunden unsichtbar sein ich bin tot echt schön jetzt ein ich bin tot ja manche ab einfach zu verordnen ich weiß gar nicht wie du da nach unten gefasst hier du Fox ist mir runtergefallen ich bin ich bin tot aber warte nice schaffst du noch eins ja wenn sie werfen würden schockst du denn so junger mit dem shotgun das darf ich doch so locker treffer aus der Sicht ich mich locker treffen aaaah aaaah ich bin auch immer dabei jetzt kannst du ja locker treffen wirf eins ich schieße mal ein bisschen von da oben siehst du dann ficken wir ihn tot haha von Zificher ist eine geschützte Marke alle 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 ein alle 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 die alle für alle alle alles aber auch Masti? Außer ich hätte meinen Xbox draufbauen. Ich wäre nicht nur random an einer Ecke so zu tun, dann komme ich mir vorne allein ins Haus. Man, wir sind ja nicht Ständer für Sie wieder. Hier ist noch ein Ständer für uns. Der Kopf ist schwierig. Ständer für Sie, Marcel! Da war noch einer. Wir haben's da jetzt gut. Ich hab mich ziemlich lange für die Leute gewonnen. Abschluss! Ha, was? Er lässt Sie jetzt doch lieber Bullimon, so wie am Anfang? Mein Huvensohn, ich hasse ihn, Alter. Er lässt uns die ganze Zeit hier fahren. Doch Ständer für uns darf er sie nicht nennen. Und jetzt findet er sie wieder Bullimon, Alter. So wie das? Okay Marcel, du musst jetzt den Weg sagen. Ich kann auch reisen. Ich hab grad einen Badass-Ring erhüllt. Okay. Okay.